So, aus dem Schinken, Superböller 2 von Keller, aus dem letzten Jahr. Ach ne je, wenn ich schon diese Tonerde da wieder sehe, ne? Ja, was soll man sagen? Naja, wobei sie echt steinhart sind, das muss man sagen. Aber ich habe jetzt schon der rote Finger, ekelhaft. Naja, schauen wir mal. Superb vom Keller. Ja, hier, guck dir das mal an, Alter. Sollbruchstelle, genau in der Mitte, ne? Ja, so ein Tonerde ist da drin. Da ist der Feistel A-Böller lauter. Ja, stimmt. Da sitzt doch vom Wunsch hinter. Ne, die drücken auch nicht so richtig. Ne. Naja, die schnipseln aber ein bisschen. Jo. Aber, naja, gut.